Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man Black Ops 3 kostenlos downloaden kann und das auch ziemlich einfach gemacht wurde. Was ihr dafür machen müsst ist in den Playstation Store gehen und wenn ihr auf den Playstation Store drückt müsst ihr runterscrollen bis auf PS Plus. Wenn ihr dann auf PS Plus seid müsst ihr 1 nach rechts gehen und da seht ihr schon das Spiel von Monata. Lasst es euch nicht entgehen. Wenn ihr dann drauf drückt seht ihr unten links schon dass es kostenlos ist. Bei mir ist es natürlich schon am runterladen sonst würde man jetzt da unten links sehen kostenlos zum Downloaden. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kurze Bewertung da ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye Bye